Wie schwer wiegt der Name Alemannia Aachen tatsächlich dann? Ja, das beste Beispiel ist die Verpflichtung von Tim Jerath. Ich glaube, da haben sich viele Drittligisten und Zweigligisten sehr geärgert, dass Tim diesen Schritt gemacht hat. Tim Jerath ist ein erfahrener Spieler, der hat hochgespielt, der hat zig zwei Drittligaspiele und ich glaube nicht, dass Tim Jerath wegen Geld zu Alemannia Aachen gekommen ist, sondern alleine wegen Alemannia Aachen, wegen den Fans, wegen dem Umfeld, wegen den Möglichkeiten und ich glaube, daran sieht man, wie dolle der Name noch zieht. Das haben wir auch mit Markus Hoffmann beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Das klingt alles so nach einem gewissen, trotz dieser schlechten Zeiten in jüngster Vergangenheit, nach einem neuen Selbstbewusstsein, der vielleicht schon übertrieben ist, aber nach einem neuen Selbstverständnis bei Alemannia Aachen. Zum Beispiel wirkt die Mannschaft deutlich gefestigter, das ganze Umfeld wirkt irgendwie gefestigter und selbstbewusster. Wie kommt das aus deiner persönlichen Sicht? Also ist das nur rein sportlich begründet, dass es im Moment eigentlich sehr gut läuft? Ja, ich finde, ich denke, das hat es, es ist witzig, dass du es gerade ansprichst, wegen Hoffi. Der saß ja schon hier und Hoffi hat natürlich wieder mal ein blendendes Interview gegeben. Markus ist einfach grandios. Nein, aber ich denke, der Umbruch, ganz im Ernst, kam mit Markus Hoffmann, muss man einfach so sagen. Wir hatten vorher schon teilweise gute Spiele gemacht, letzte Saison, aber dann kam plötzlich der Hoffi aus dem Nichts gegen Verl. Ein brutal wichtiges Spiel, was wir da gewonnen haben, weil danach wären wir wieder unten drin gewesen. Ich glaube, das war wirklich ein Knackpunkt, ein riesengroßer Knackpunkt. Das Spiel in Verl, das haben wir gewonnen. Hoffi war plötzlich da, wir haben Stabilität bekommen und der Trainer konnte mal endlich nach der Saison, die wir gut abgeschlossen haben, in Ruhe, arbeiten. Wir hatten ein Gerüst, was gestanden hat. Wir konnten Spieler dazu pflichten, die eingeschlagen sind jetzt. Ich glaube, diese Ruhe, die man, die, wo die Trainer mit arbeiten konnten und wir arbeiten konnten mit dieser Ruhe, lässt auch ein bisschen, ein bisschen reflektiert aufs Umfeld ein bisschen, ein bisschen aus. Und das im Allgemeinen mit natürlich guten Leistungen, die wir auch abgeliefert haben. Also ich spreche auch dafür, ganz ehrlich, oder ich sage auch ganz ehrlich, wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren, die Saison, mit Testspielen gegen 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Ich glaube, das spricht auch ein bisschen dafür, dass Ruhe einkehrt. Und die Ruhe müssen wir jetzt noch ins Positive umwandeln, dass es wieder unruhiger wird, aber in dem Sinne unruhiger mit einem geilen Gefühl. Also nicht unruhiger negativ, sondern unruhiger, oh, da könnte ja was wirklich jetzt entstehen. Und da wollen wir hin. Gutes Beispiel war jetzt das Pokalspiel. Ich glaube, 70 Minuten, über 70 Minuten mit neun Mann zum Ende gebracht und auch hochverdient gewonnen. Wie hast du das gesehen? Ich habe schon mal im Interview gesagt, das zeigt einfach die Stärke der Truppe, die Moral der Truppe. Das ist eine geile Truppe. Da zähle ich auch die Fans dazu. Die haben da Radau gemacht, die haben uns hochgepusht. Ohne die Fans hätten wir die 70 Minuten nicht durchgestanden. Ganz einfach, weil das war so ein kleiner Platz und die haben die ganze Zeit Lärm gemacht. Peter Hackenberg hat in der Halbzeit was richtig, richtig Schönes gesagt, das uns motiviert hat. Das hat mich ein bisschen an El Pacino an jeden verdammten Sonntag erinnert. Wir waren im Kreis und er hat gesagt, Männer, stellt euch vor, wir gewinnen dieses Spiel jetzt hier, wie geil das ist. Wir spielen, wir werden benachteiligt, wir spielen die ganze Zeit mit zwei Mann weniger. Stellt euch das vor, flößt es euch ein und dann ziehen wir das. Und was passiert? Wir machen das 1-0, wir gewinnen das Spiel. Und das ist einfach nur geil für die Truppe. Ja und dann ausgerechnet Shahin Dagestan? Das ist aber wieder mal Fußball, wie er leibt und lebt. Also wir kriegen zwei rote Karten, verschießen Elfmeter und was passiert? Shahin Dagestan bei seinem alten Verein macht das Tor. Und so holst du dann noch Sekunden vor Schluss noch so ein Ding raus mit der Parade. Da stimmt ja wieder alles. Ja, es ist halt auch schön, dass ich was dazu beitragen konnte. Also vorher haben die Jungs ja 70 Minuten lang geackert. Also ich glaube, es ist noch keiner in seinem Leben so viel gerannt wie in diesem Spiel, weil das war ja nur hin und her. Und das ist natürlich auch schön, dass ich da nachher auch ein bisschen mitfeiern kann, weil ich auch ein bisschen was dazu beigetragen habe und nicht nur rumstand. Weil die Jungs haben ja nichts zugelassen, muss man ja so sagen. Also die hatten ja die eine Chance und da muss man halt auch mal da sein. Wie ist das überhaupt als Torwart jetzt, wo du das sagst? Ich hatte da nichts zu tun oder konnte keinen Einfluss nehmen. Aber es ist doch so, also du bist ja sehr laut, also was man so mitkriegt eigentlich. Du dirigierst ja auch und sprichst mit den Leuten. Wie sehr ist dein Einfluss da wirklich? Wie groß? Wie viel kann man da nehmen? Ich glaube auf meine Viererkette kann ich schon sehr viel Einfluss nehmen und auf meine beiden Sechser. Aber alles andere, das war es dann schon. Gerade wenn wir hier im Tivoli spielen, wenn die Kulisse da ist, dann geht es eigentlich nur um Nuancen. Bei Standards bin ich wichtig, weil ich da einteilen muss, dass alles stimmt. Viel Einfluss nehmen kann ich dann nur nach Situationen. Wenn zum Beispiel Hoffi einen Ballgei geklärt hat oder Peter, dass ich den nochmal pushe. Oder wenn ein Fehler passiert ist, dass man aufbaut, so wie gegen Leverkusen Tobi Mohr, der das super gemacht hat oder Marvin Brauweiler, wo man gemerkt hat, dass die extrem nervös waren und denen dann irgendwie die Nervosität nehmen. mit Loben, mit lockeren Sprüchen, mal ein bisschen rauslocken aus der Reserve. Ich glaube, da kann ich schon Einfluss nehmen. Das sieht man, finde ich, in dieser Saison sehr häufig, dass ihr miteinander sprecht, dass auf dem Platz viele Gespräche stattfinden. Es ist auch schon öfters unser Teamgeist in letzter Zeit angesprochen worden. Wie sieht das da aus, aus deiner Sicht? Ich denke, so wie du das sagst. Das spiegelt das schon wieder. Also die Moral und der gute Teamgeist in der Truppe. Wir hatten jetzt ein Sponsorenabend vorgestern. Vorgestern. Vorgestern, ja. Und da wurde das auch angesprochen. Und da hat Eamon auch was Gutes gesagt. Ich glaube, es passt im Moment, dass man auch mal in der Kabine sehr witzig sein kann untereinander. Aber es passt dann auch, wenn es auf dem Platz dann mal zur Sache geht. Und keiner nimmt das persönlich, sondern wenn man jemanden anschreit, wenn ich jetzt jemanden anschreie, der sagt, okay, gut, ist so, eigene Belange nach hinten, Team nach vorne. Und ich glaube, das war die letzten Jahre nicht so. Da waren zu viele Eigenbrötler. Und jetzt ist es eine Gemeinschaft. Und nur mit einer Gemeinschaft kann man was erreichen. So wie Fortuna Köln letztes Jahr. Die waren spielerisch nicht gut. Aber die haben überall als Einheit agiert. Beste Beispiel war im Hallenturnier in Gummersbach. Da haben die Jungs gespielt, die nicht oft spielen. Und alle anderen waren auf der Tribüne. Und bei jedem Tor sind die ausgerastet. Und da saßen wir schon zusammen und haben gesagt, boah, das ist schon eine Truppe. Und nur als Truppe kann man was erreichen. Und so wie du das sagst, wir reden mehr miteinander. Wir reden positiv miteinander. Kacken uns aber auch mal an an der richtigen Stelle. Und das gehört dazu. Ein paar Spiele sind jetzt gespielt. Wir haben eben schon mal kurz über die Mannschaft gesprochen. Und jetzt über Ziele. Was ist drin mit diesem Team tatsächlich? Schauen wir mal über die nächsten drei Spiele. Klassische Antwort. Also da kannst du nicht viel von mir erwarten. Das war's im Blick. Und jetzt nicht mehr, sagt ein karten Ziele. Vielen Dank.